Ich kann doch sicher WUKA-Preise gar nicht leisten. UNENDLICHKEIT! Ich gebe dein Buch! Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skyland! Staffel 1! Ja, genau! Ich rege dir erstmal, geh ins Bett! So, Leute, heute kennen wir zum ersten Mal in einem neugebauten Haus mit den letzten zwei Folgen erbaut haben. Ich finde es auch ultimativ nice. Darf ich ein bisschen Deko anbringen? Ich habe Büsche gesammelt. Ach, ja. So, wir sind in einem wunderschönen Balkon. So, heute werden wir, als du auf das Senado gesehen hast, Oh, das sieht auch gut aus. Einmal ein wenig begutachten! Ja Leute, ich funke noch mal kurz dazwischen. Entschuldigt, dass so lange kein Video kam. Ich hatte einfach keine Zeit zum schneiden, ne? Und, dass man vielleicht mich noch nicht ganz so gut versteht. Das Mikro habe ich hier erst seit kurzem. Also auf YouTube werden ab vielleicht drei, vier Videos. Und dann wird es dann auch mit dem Mikro gehen. Also, ich bin auf jeden Fall hyped. Viel Spass jetzt noch mit dem Video. Wäre auch geil, wenn ihr noch ein Like für den lieben YouTube-Argorithmus da lassen könntet. Und auf Twitch unter www.twitch.tv slash Jennifer IP nachschauen. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Das dachte ich mir noch ein wenig zu flach. Was macht dort ein Cobblestone? Wo? Oh, fast runter. Das ist der heilige Cobblestone, den baust du mir nicht ab. Wow! Ja, komm, gehen wir jetzt ins Dorf. Hier ist der Cobblestone-Generator. So, okay, gehen wir jetzt ins Dorf. Senado? Sehen, Sublins. Komm jetzt. Ich bin ja neben dir. So, wir laufen erstmal. Und jetzt... Aber die Dinge sind klar, oder? Äh... Keine... Keine Dorf... Achtung, Loch. Achtung, Loch. Wo? Ach so, ja. Das hab ich schon gesehen. Keine Dorfbewohner angreifen. Nichts töten. Also, wie sollt ihr mal den Weg verbessern? Unten ist Eis. Ne, plündern dürfen wir. Plündern dürfen wir. Two thousand years later. Ach, hier ist das Dorf. Geil. Na gut, dann ist nicht mal ne Timelapse möglich. Stopp! Ich möcht's unbedingt ländern für meine Folge. Bitte. Bauen. Screenshot bauen. Hier. Hier. Ich baue ein Screenshot. Sprachenlernen. Bubble. Ähm. Die hat auf jeden Fall ne Kiste. Der Rote, die Gesichter. Große Sache. Sehr schön auf jeden Fall. Hier haben die Wirtschaft fast keine Jobs. Und ich hab meine Joblöcke nicht mitgenommen. Das ist auf jeden Fall ultimativ nice. Na ja. Ich hab auch ein paar Emeralds schon. Alter. Hier hat sie poliert. Ich hab viele Dorfes. Hallo. Aber das sind alle... Das sind alle... Äh, ich wollte schon sagen Hobbylos. Berufslos. Hier kann man auch noch... Wir nehmen... Oh! Entschuldige. Was ist das? Was machst du? Jetzt einer mit Proof. Jetzt einer mit Proof. Einen... 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 Einen Tonschneider. Äh, ich nehm einmal... Einen. Wenn wir Glück haben, tauscht hier einer Sand. Komm mal hier. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Was ist denn das für ne Party hier drin? Hier hat's auch ne Party. Was? Wo? Hier drüben. 1,000, bitte. Komm mal kurz ins Hames rein. Alter, jetzt habe ich einen... Ich hab dir... Sie dritten. Äh... Ähm... Ja, also... Ähm... Ich denke... 1,000 Zeiten von Corona, okay? Kann nicht davon die Rede sein, dass das Dorf am Aussterben ist, wie die meisten normalen Dörfer? Das habe ich eigentlich mal vieler erlebt. Ich dachte, die hätten Corona und die ist ne Abstandsregel, aber nein. Die machen halt wohl ne Party zu 20 oder so. Ich hab gar nicht gewusst, was was hier ist. Aber die Heubahn bleiben. Nee. Wir wollen doch kein Essen mehr. Die leben nicht mehr von dem, das weisst du nicht, oder? Ja, überhaupt irgendjemand, der sonst noch einen Job hat, außer dem... Ich habe... Es wäre geil, wenn wir noch eine Bibliothekar hätten oder eine Schmiede. Mal mal kurz, ich habe... Papier könnte ich machen, ich habe kein Leder. Ja, Leder habe ich nur sechs. Nur sechs, das reicht locker. Aber das ist bei mir zu Hause. Dann hole ich mir mal kurz ein bisschen was Leder. Hallo, Essen. Und noch mal kurz bin ich hier. Denn ihr sollt noch mal auf Twitch vorbeischauen. Ja, ich weiss, ob ich das noch mal gesagt habe. Aber ja, hier ist noch der Trailer. Es hat sonst einfach nicht reingepasst. Und ich werde ja mal einen eigenen Community-Server machen. Wenn ihr da mit dürfen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Ich habe ein Leder, das reicht. Da kann ich ein Buch machen. Mit dem einen Buch. Aber man kommt... Nein, ich brauche drei Bücher. Äh... Irgendwann nehmen wir uns neun Papier. Dann haben wir drei Bücher. Es sind drei Bücher. Dann gibt es ein Regal. Dann brauche ich Slaps. Dann unten einen Slaps. So, das kann man noch mitnehmen. Da kann man noch holen. So. Ich habe es. Ich habe einen Lektorn. Mann, ihr werdet das Dorf noch weiter gegangen. Das ist gemein. Hier hinten im letzten Haus, in dem man so ein Doppelbett hat, ist es ein Lektorn. Komm, geh rein. Seid ihr glorreiche Bücher. Ja, ja. Wir haben Bücher. Stopp, ich habe... Ich habe Emerald. Der ist scheiße. Ja, dann kannst du wieder da kommen. Dann baue ich wieder ab. Aber... Wo bist du? Hier drüben. Er ist rausgegangen. Im Moment. Stopp, wir müssen ihn einbauen. Stopp, stopp, einbauen. Nein! Der Dorfi. Los, los. Schau uns von dem. Der Kopf da. Ah! Geh weg hier. Er müsste hier weggehen. Er hat sich hier weggepackt. Was hast du hier alles vom Boden geklaut? Ich habe ihn. 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 Ja, jetzt ist der Bibelkopf. Komm nicht rein. Atmungsweil. Scheiße. Komm nicht rein. Ich mache jetzt noch ein... So Leute, ein kleiner Cut, bis er einen guten... Sachen verkauft. Wenn ich nicht rein darf, spanne ich eben. Hallo! Ich habe ihn. Jetzt haben wir... Hallo? Sophie? Hallo? Hallo? Schon wieder Papier und... Mom! Mom! Haltbarkeit 2. Das kauf ich. Nee. Das geht. Wobei du... Wie teuer ist es? Aber ich bräuchte noch ein Buch. Na gut, es ist zu teuer. 18 Emeralds. Ja, Haltbarkeit 2. Das geht. Nein, Achtung! Der kommt schon zurück. Der kommt zurück. Ich lau mal kurz die Glocke, dann geht er zu seinem Berufsvlog. Der kommt. Der kommt, der kommt. Peugeot CT-Koll 70, 9, 10 ... Letzt aus zur Poss웠age, zum pier2019, die Glocke, dann geht er weiter und diese Ich kann doch sicher Buch Wortpreise gar nicht leisten. Unendlichkeit! Gib mir dein Buch! Ich kann es mir sogar leisten. Glocke! Eeeh, schau mal kurz in MH als rum. Ich kann es dir geben. Geh mal kurz zur Mitte. Mitte? Ja. Ich gebe dir mein Link. Mach dir ein Papier. Geil, Unendlichkeit. Das ist jetzt ein guter Föhr. Es liegt noch ein Emerald dort. Ich habe zu wenig Zuckerrohr für Papier. Nimm ein Emerald. Ja, aber ich brauche jetzt noch ein... Hey, ich brauche noch ein Zuckerrohr. Ja, kann ich machen. Warte mal kurz. Wenn ihr Wasser nennst, kann ich meine magischen Tricks nennen. Alter, nein. Wir packen es nicht. So, packen wir. Ich brauche hier kurz. Ich gehe mal kurz das Wasser so. Ich komme gleich wieder. Ich habe Steven-Zuckerrohr. Ich komme. Alter. Das hat auch eine Weile gedauert. Schreiben wir es so, Leute. Jetzt können wir hier... Elende Buchcraften. Ich glaube, es klappt nicht. Alter. Und jetzt, meine Leute. Unendlichkeit für meinen Bogen. Ja, Leute. Das war es von der heutigen Folge. Ich bedanke mich für das Zusehen. Bleibt uns abonniere nicht vergessen. Wer es zu besucher liegt. Und jetzt. Einen schönen Tag. Bis dann! boldsat